Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite. Ja, ich habe den Demogorgon gefunden. So Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Zumindest erstmal hier in der Lobby. So sieht der jetzt hier dann aus im Spiel. Dann gucken wir mal. Das ist schon ein bisschen komisch, aber gucken wir mal, wie sich das jetzt hier weiterentwickelt. Wieso sieht das denn aus, wenn der selber im Gameplay ist? Hier jetzt auch nochmal. Hier jetzt auch nochmal. Hier jetzt auch nochmal. Hammer, oder? Wie geht es durch die Figur? beginning 2 Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist denn das für eine geile Szene, ey? Das ist ja mal mega geil. Ja, das war ich dann gewesen, glaube ich. Das hier will ich noch mit drin haben. Das ist so eine geile Szene gerade hier. Das sieht so cool aus. Mega. Das wird auch mein Thumbnail werden. Hammer geil. Ja. 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 Da will ich noch. Ja, also was kann man sagen, beim Heruntergleiten zum einen, beziehungsweise wenn er auf der Map landet, dann kann es sein, dass er eben hier das Maul aufmacht, vorne das Gesicht öffnet und beim Emote vorhin konnte man das auch schön sehen. Also ich finde das Ding jetzt, ich weiß zwar jetzt noch nicht so genau, was zu machen ist, auf jeden Fall sieht es mega cool aus. Und was ich besser gefunden hätte, wäre jetzt, sage ich mal, wenn er jetzt irgendjemanden getötet hätte oder so. Irgendjemanden töten. Und dann geht einfach das Maul auf oder so. Jetzt sehen wir es hier gerade wieder. Das ist der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Und dieser Skin ist richtig crazy. Ja Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben oder schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite. Daily Shop News oder das sind eigentlich Clips mit mir dem Herrn Gleich, ne? Das ist krass, wie das aussieht. Die Pistole passt jetzt nicht so wirklich dazu. Demogorgon mit einer bunten Pistole, aber ansonsten crazy shit. Mal gucken, was er jetzt macht. Sensationell. Dieser Skin ist sensationell. Oh ja, Ziel... Oh, es steht einer da und man muss auf ihn zielen. Sensationell. Und schießt da noch vorbei. Das ist nicht dein Ernst. Wie oft schießt du an den... Bist du in Ernst? Wie oft schießt... Ja... Da wird von hinten gesnipet, weil er es nicht schafft. Das ist unglaublich. Mega witzig, die Szene. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben, da schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es sich mal ein, wenn es wieder heißt Fortnite. Mit mir dem Herrn Gleich. Schaut rein, macht's gut. Bis dann und tschüss. Das hier will ich noch mit drin haben. Das ist so eine geile Szene gerade hier. Das sieht so cool aus. Mega. Das wird auch mein Thumbnail werden. Hammergeil. Ja. Ja. Ja.